Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Python Programmierung, das Modul Plattform. Die Zeilen wurden im Post gespeichert als Datei Plattform unter Strich bsp.py im persönlichen Ordner und die Datei wurde als ausführbar markiert. Mit dem Modul Plattform, das hier in Zeile 4 mit Import Plattform importiert wird, kriegt man bestimmte Daten und Informationen über sein System heraus. Zum Beispiel, was für ein System nutze ich, die Versionsnummer, Prozessor und so weiter. Die Namen der Funktionen, die hier stehen, sind eigentlich schon ziemlich eindeutig und selbsterklärend. Auch Informationen, die man zum Beispiel mit dem Kommando UNAME in der Kommandozeile herausbekommt. Um das Skript nun auszuführen, einfach die Zeilen speichern und dann in der Kommandozeile eingeben, Python, Leerzeichen, dann kommt die Datei Plattform unter Strich bsp.py. Ebenso gibt es noch spezifische Funktionen für Python, also mit welchem Compiler wurde hier Python gebildet, die Implementation und auch die Versionsnummer zum Beispiel. Das war User Power von oben Screencast. Ciao und viel Glück!